Sie wollen in Ihrem Heim eine einzigartige Atmosphäre schaffen? Dann wissen Sie sicher, dass vor allem die Wahl des richtigen Bodens prägend für eine harmonische Stimmung ist. Die Wilhelm Baumann GmbH aus München versorgt Sie mit exklusiven Parkettböden aller Art. Das langjährige Wissen des Kompetenzteams um die Kombination der Holztöne und Arten garantiert Ihnen, dass Sie bei Wilhelm Baumann etwas ganz Besonderes bekommen. Ob Stabpaket, Mosaikpaket, verschiedene Unterböden oder Beläge für Fußbodenheizungen – Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus ist der 4-Mann-Betrieb für hochwertige Tafel- und Intarsienböden bekannt, wobei erstklassige Qualität sowie das handwerkliche Können in allen Bereichen maßgebend für den Erfolg des Unternehmens sind. Kunden wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder das Hotel Mandarin Oriental schätzen das lösungsorientierte Denken sowie die Erfahrung des Teams. Sie benötigen weitere Informationen? Dann klicken Sie auf www.baumann-parkett.com. 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 www.baumann-parkett.com.